Mit der Schau Jansdorfer Bilder gibt der Heimatverein Jansdorf im Kundehaus verborgenen Talenten in der Gemeinde Gelegenheit, mit einigen ihrer Werke in die Öffentlichkeit zu treten. Mit Bildern dabei sind Sieglinde Hofmann, Elgis Gurt, für beide ist es die erste Ausstellung überhaupt, und Gerda Brochmann, mit Fotos Herbert Pralek und mit einem Gedicht Hansjörg Ebert. Die Ausstellung, die in den Vereinsräumen, aber auch und vor allem im Trauzimmer zu finden ist, kann bis 11. November besucht werden. Geöffnet ist täglich von 14 bis 17 Uhr. Die Künstlerinnen sind montags bis mittwochs immer persönlich anwesend. Das Kundehaus ist in Jansdorf auf der Chemnitzer Straße 6 zu finden.